drei freunde herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal wir spielen heute wieder snow runner mit pjörn und pascal seid begrüßt servus der pascal der reist gerade noch nach und dann kommt er hier auch ins game ein gewitter so kriegst du mich nicht fahr mal fahr mal fahr mal so neben mich also rückwärts quasi vor meine vier räder ich häng mich dann selber so fest wie ja genau jetzt ein bisschen mit der schnauze nach rechts wurde abgesorgen ich versuche ich versuche mich selber auszuziehen und ich zieh dich da raus was ist mit meinem maschinengewehr hier los ja das ist normal das ist nicht normal als wäre die kalibierung weg natürlich scheiße eingelegt gleich liegt auch wieder ich muss jetzt mal ein bisschen wegziehen auto müde auto immer noch ja so warte musste ich da aber mein mal vier reifen da hinstellen wir fahren jetzt mal hier hoch du siehst ja meine markierung da kann ich mal in die werkstatt ich würde gern mal mein auto da mal du kannst du nix mit dem auto mal weil du nichts freigeschaltet hast wir folgen jetzt erstmal meiner markierung zum upgrade stehe ich glaube ich nicht siehst du die nicht hast du da schon was markiert die blauen markierung ja die seh ich nicht die müssen auf jeden fall hier hoch wo hoch hinter uns hoch oder ach da das upgrade hier quasi hinter rechts da hinter hinter rechts genau du siehst meine markierung echt nicht das ist aber doof der pascal wollte ja auch noch kommen ne ja der muss ja erst von alaska wieder zurückkommen kann ich mein auto jetzt noch nicht so pimpen wie deins nein du musst erst freischalten nach und nach die sache wir fahren das upgrade holen dann fahren wir das andere upgrade noch holen dann sind wir ja fast wieder in der werkstatt und dann guckst kannst du mal gucken was ja alle alle was halt so geht du musst halt immer gucken was für fahrzeug am besten ist das hier ist eher nur zum erkunden türme freischalten und zwei türme habe ich gestern mit dem lkw freigeschaltet ja mach es lieber mit so einem hier echt jetzt geht schon Das ist schon okay. Oh, au. Der ist nicht hoch. Das ist schon geil. Warte auf mir. Ich muss mich doch an dir festhalten. Nee, geh weg. Wärst du oft im L-Gang, oder? Automatik. Aber der L, der hat auch ganz schön Power. Ja. Bist du denn? Hinter dir. Ach, da hin und kreuzzt er rum. Oh, wirst du quer, siehst du mehr. So, was muss ich jetzt wieder machen? Um zu euch zu kommen. Du musst ins Hauptmenü und dann... Erst muss man das Auto einlagern. Ach so, ja genau. Du musst da einlagern. Aber dann passt Kalli auch gleich noch dahin, ne? Du darfst das Auto holen, ja. Huch. Boah. Boah. Ja, na. So, wie komme ich jetzt wieder da nahe? Wow. Du musst dann in die Garage. Am besten bergen. Bist du in der Garage... Oh, nein. Oh, oh. Schöne Steinchen, sag. Ich hab's geschafft. Soll ich mich hinstellen? Spiel mal das, ne? Warte mal, ich probier's erstmal selber. So, jetzt kalibriere ich das. Denkrat noch mal neu. Ich hab's jetzt hier so nirgessen drin. Mein Auto ist ganz braun auf der rechten Seite. Mein Lenker hat es im Eis. Äh, neuer Motor ist das, glaube ich. Ah, ne, für den aktuellen Truck nicht verfügbar. So. Dann war hier noch ein Upgrade. Kommen wir jetzt hin. Ja. Da ne, ich war. So. Koop starten. Dann musst du hier ins Game-It reinkommen. Bei dir ist ja noch alles schwarz dann wahrscheinlich, ne? Nein, er nimmt deinen Speicher. Also immer der, der gehostet hat, der dem seine Welt ist es. Jawoll, du bist im Game bis jetzt schon. Jetzt musst du dein Lkw wieder ausparken. Heieieiei. Das war knapp, Jörn. Ja. Muss ich euch nur finden, ne? Ja, aber, äh... Wollen wir schon mal da Richtung, der ist das Auto schicken? Ja, ja. Dein Jeep hast du den auch, äh... Er soll zur Tankstelle fahren. Wir treffen uns an der Tankstelle. Genau. Bei der Tankstelle, oder? Kann ich im Mager sitzen? Das sehen wir nicht. Bei der, wo man als erstes findet, oder? Genau. Da holen wir dich dann ab. Dann fangen wir mit dem Konvoi. Ach Gott, okay. Geie. Aber das Auto, das ist gut hier. Wo braucht man denn die Hube? Um die Bretter von den Dingern runterzuschießen. Um zu tuten. Aber du, das Sprinkel. Ja, es fällt auch schnell und leicht um. Aber trotzdem ist es gut. Wo hast du denn schon da die dicken Reifen her? Ja, ich bin schon Level 9. So. Langsam. Oh, ich hab' ich gehört. Oh Mann. Warte doch, bis ich hier Platz gemacht hab. Oh Mann. Kein Warten. Was du jetzt schon gekauft hast, ist weg. Ach so. Ja, dann hab' ich's für dich mit eingesammelt. Weiß ich aber nicht, was das war. Äh, Federung erhöht. Für welches Auto? Ja, nicht für dieses. So. Oh. Fahren wir noch zur Tankstelle? Warte mal, ich mach hier mal. Welche Tanke ist das hier unter uns? Ja. Ja. Was tun wir denn da am besten? Waren wir jetzt hier unten links und dann an der nächsten rechts? Mhm. Dieser Gepäckträger nämlich, das macht ja dieses Auto so toll, hat zwei Vorteile. Zum einen kannst du mit dem voll tanken wieder und das zweimal und du kannst dein Auto reparieren. Wie viel Sprit hast denn du noch? Äh, 46 Liter. Okay. Ja. Das ist ja. Mal wieder ein Spiel, was Spaß macht. Oh. Das hat ja Fels nicht gesehen. War wohl zu klein. Ja. 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 Ach, Mensch, guck mal hier ist eine Tankstelle. Was glaubst du schon da? Nee, noch nicht. 600 nur. huch 400 400 so wo müssen wir jetzt nochmal hin wo stand das auto wir müssen erst den Turm muss der Pascal sich freischalten der da mitten im See ist oberhalb von der Stadt da müssen wir jetzt wieder hin ich sehe warum fährst du außen rum fährt man durchs Wasser durch was denn er fährt außen rum er fährt halt lieber gern durch den Matsch da kommt er wo fehlt er denn jetzt hier ach so der kommt ja stimmt der kommt jetzt hier vorne kommt er jetzt raus ja links rum oder musst du tanken mit der mir hier oh mein Motor ist fast kaputt ist schon rot warte mal warte mal ich guck mal ob ich dich reparieren kann das geht bleib bestehen oh musst du zurück mal gucken was ist denn dein Motor warte mal hier ist dein Motor das ist das glaube ich deiner ne probier mal ob es geht das ist ja wieder ganz jahrhundert 19 von 120 zu retten was ich denn so komm jetzt warte mal stopp 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 so meine Freunde wenn es euch gefallen hat like abo kommentar immer gerne gesehen und ja wir sehen uns in der nächsten folge schaltet wieder ein und ich wünsche euch noch einen schönen tag ich habe jetzt gut bis dahin tschau tschüss